Wie, äh, wer, 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 wer steuert denn das Ding denn? Ich, ähm, was erwartet mich denn jetzt? Was? Oh, mich ist immer schneller. Ich, äh. Böber, Ellen! Alter, hör auf! Böber, weiter. Alter, wer war das denn gewesen? Ah, 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 okay. Vollgas! Neue Runde, neue Reise! Komm hier, Vollgas. Lass mal voll durchdrehen das Ding. Ey, guck mal, dass hier sogar die Anzeige funktioniert, ist ja geil. Wie, wie viel Speed haben wir jetzt? Jawohl, 20! Und jetzt nochmal Vollgas! Warte mal, 10, 15? Nee, jetzt, warte mal, Alter, Alter, woauf jetzt das abgeht? Wie! Und jetzt Gummiii! Jetzt kommt die große Kotzrunde! So, tschüss! Ich mach da mal Pause, ne? In einer halben Stunde mach ich dann Feierabend. So. Boah, ich hab, ich hab Angst, dass das Ding in jedem Moment hier in die Luft flieht oder so. Was denn hier? Können wir hier durchgucken? Woher bist du? Ah, guck mal, Polaroid. Oh, ich erinnere mich. Wie erkenne ihn? Guck mal, im Hintergrund steht der schwarze Mann. Mit dem, mit der Mütze. Okay. Callum! Trechere, die in die Gedanken schwebt. Trechere, die wie ein Schwer und schwebt unsere Inhalte schwebt. Die erste Mal, ich gesehen, Callum, meine Gedanken schwebt mich. Ich schaue mich auf diese schwarze, schwarze, schwebende Sache und ich dachte, ist das alles? Wir bauen unsere Welt von Erwartungen, und die Welt, die ich für Callum hatte, war nicht anders. Er war so real, so there, and so far from my expectations. Und sie schwebt. Und als sie in die Schwerze, das eine Trechere ist, das eine Trechere ist, wurde eine neue Grunde. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, Trechere ist thought. Oh, da steht jemand. Hilfe. Okay. YouTube, pausieren, selber lesen. Englisch kann ich nicht. Callum, stay where you are. Alter, Alter, mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Bist du scheiße? Alter, ich will das gar nicht sehen in der Webcam. Wie peinlich. Alter. Alter. Mach doch nicht so was mit mir. Oh, ich will doch... Oh, und ich will VR-Horrorspiele spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben 6er im Lotto. Alter. Boah, ich will das gar nicht. Der Webcam ist nicht peinlich. Oh Gott. Hilfe. Oh. Huh. Alter. Huh. Habe ich es doch vergessen, wie das Let's Play war von dem Spiel. Huh. Huh. Hm. Alter, ich muss mir erst mal... Alter, ich muss mir erst mal zwei Baldrian gleich einschmeißen. Alter. Uhu. Hm. Oh, ey, mach doch nicht so was mit mir. Die sah so ein bisschen aus wie die alte von Al... äh, von von 4. Die Alma. Kannst du dir doch daran in den Sinn? Alter Bumpercar. Wah. Alter, meine Arme machen gerade... Meine Armhaare machen gerade voll die Demo. Ohne Scheiß. Kann ich hier... Hallo? Hallo? Wirklich halt hier lang. Weißt du mir leid, dass es so verpixelt ist. Aber wie gesagt, es kommt ja auf YouTube. Ich werde es definitiv, denke ich mal, auf YouTube laden. Warte mal einen kleinen Moment. Ich muss mal kurz ein bisschen abhusten. Hey, Autoscooter. Fahr' ich auf der Kimmys auch immer wieder gerne. Hier ist... Aha. Ja, ist auch ein toller Arbeitsplatz. Hier möchte ich nicht sitzen. Alter, die Alter, ne? Mal Slow-Mo Replay. Kann ich hier mit fahren? Geht das? Ach, schade. Aber mir geht es eigentlich mit den Pixeln so zwischendurch. Also, ab und zu ist irgendwie relativ gar nichts. Was? Stützt das jetzt gleich hin? Moment, ein oder? Aber wie riesig hier der Autoscooter doch ist. Ist ja der Wahnsinn. Also, so einen großen kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Okay, ich komme. Müssen brennen bei dem einen Licht? Mhm. Guck mal, da ist auch noch eine Treppe. Da geht es auch noch lang. Okay. Hä, wo kriegt der denn Saft, der? Okay. Kann ich damit fahren? Was? Exitant Report? Nein, was? Employee Name Francis Dufresence Time. 25. Oktober 1976. Was? Blue Rains whacking on the crane. Schade, dass das nicht auf Deutsch übersetzt ist. Finde ich ein bisschen schade. Das ist nicht auf Deutsch übersetzt. Entschuldigung. Unser Truck-Rain in New Jersey. Ok, da ist irgendwie jemand gestorben beim reparieren von den Autoscootern irgendwie. Auf mysteriöse Art und Weise. Okay, und irgendwie der LKW-Fahrer, also von dem Typen, der da wohl mitgearbeitet hat, der hat irgendwie eine mysteriöse Erscheinung gesehen und irgendwas gesehen auf der Rückseite vom LKW. Und niemand kann darüber irgendwas sagen, ob der ihn wirklich gesehen hat oder nicht gesehen hat. Ist schon sehr merkwürdig. Erzählt bei mir noch ein anderes Bild an. Naja gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gab es einen Unfall und alles und äh... Wut? Wut? Äh, ich kann... Äh, ich kann... Äh... Wut? Wut, wut, wut denn? Wieso? Ich will da nicht hingehen. Was ist denn da? Wieso, wieso... Wieso fährt der Autoscooter auf einmal von alleine? Ich, äh... Hallo? Muss ich... Na, das brauche ich jetzt auch noch. Baby-Geschrei. Okay. Ich... Ich... Uah, 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 achso, uah, alter, ich hab mich mal von meiner eigenen Schatten jetzt erschrocken. Ich dachte, was ist das denn? Ach, ich bin so ein Schanzo-Dui. Es ist ein Thema der öffentliche Rekord, dass ich eine Schmerz als Mutter bin. Mal, als Callum war sehr klein, ich habe ihn in der Auto, während ich ein Errand schlafen habe. Ich weiß gar nicht, was es war. Als ich zurückgekommen bin, der Sheriff stand neben der Auto, schau dir meinen Mann durch die Fenster. Ich habe nicht so, was ich in seinen Augen gesehen habe. Aufmerksamkeit. Er war mir die Ticket ohne zu sagen. Er war einfach nur ein Wort. Aufmerksamkeit. 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 Unsere Augen sind. Ich weiß, was du überraschst. Meine Frau, Helen, sie... einfach ein paar Hilfe. Hilfe war ein Bolte von Leitern. Hilfe war 1000 Voltes, surging durch meine Beine. Hilfe... ist Agony. Ich lieber sterbe. Ich wollte grüßen. Ich lieber du schraubst und mich schraubst. Aber in der Zeit sagte meine Mache, Ja, Sheriff. Survival! Entschuldigung. Alter, Riesenradfahren. Jawohl. Freue ich mich sehr. Mal gucken, was da wartet. Kann ich bitte eine Luxuskabine haben? Boah, wie riesig das ist. Guck mal, da liegt eine Axt. Eine Axt. Oh, wir haben sogar einen Körper. Ach, guck mal an. Ui! Entschuldigung. Survival! Ich hab nur die Axt gesehen, deswegen... Guck mal, Klapsspaten. Re-Page, okay. Alter, das ist schon wieder so klein. Ich kann das gar nicht lesen, warte mal. Ich weiß, ich kann das gar nicht entziffern alles manchmal. Guck mal, das ist so... ...so komisch abschrieben. ... Wie gesagt, für YouTube oder so, für die Leute. Einfach, wie gesagt, kurz pausieren. selber durchlesen. Vielleicht für sich selbst übersetzen. Ihr könnt wahrscheinlich besser Englisch wie ich. So, und jetzt fahren wir eine Runde Riesenrad. Ich freu mich sehr. Es wirkt alles immer noch sehr beruhigend hier. Ich will das einfach nur nochmal anmerken. Hey! Jawoll! Freisery! Juppie! Das Spiel speichert. Anstellen, bitte! Ich... Was ist das denn? Was war das? Ich hab grad irgendwas gehört. Ich schwör... Wo bist du, Calum? Ich will da nicht mitfahren. Was ist denn mal hier? Was ist das denn? So, sie werden diesen Ort abhören. Das ist mir nicht zufrieden. Ich glaub, das ist eine Parkinspektion. Also hier von den Parkgeschäften. So quasi so eine TÜV-Untersuchung. So wie das aussieht. Okay. Several birds of the, äh, fair ride inspection. Ist schon. Okay. 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 Will ich das wissen? Das sind heklige Mülltüten. Und irgendwie so eine... Okay, warte mal. Äh, was können wir hier machen? Erstmal langsamer werden lassen. Ich will mitfahren. 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 Halt an! Halt an! Ei. Ei. Da ist schon mal dieser Typ hier. Der Chip-Bunk. Neee. Und da soll ich jetzt wirklich mitfahren, ja? Ja. Oh mein Gott. Ich freue mich sehr. Ich komme. Ich bin mitfahren. Ich bin auf Susie's Diner gekommen. Er kam mit einigen Arbeitnehmern, aber er hat nicht versucht, zu flirten oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Koffer und stand da, mir zu sehen. Als mein Gehebnis war, er hat mich geholfen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Er sprach und lacht, und in der Zeit geholfen hat. Es fühlt sich wie Liebe. Es fühlt sich wie eine fairy-tale. Ich kann nicht sagen, ob Callum war das Nacht oder einer der anderen, die folgten. Aber ich denke, es muss sein, dass das Nacht, das eine perfekte Nacht. Dawn und ich zusammengezogen haben, aber dann, äh, er stirbt. According zu dem Supervisor, seine Schutzhärte verletzte, als er arbeitete auf der Ferris-Wheel gearbeitet hat. Dawn war da ein Moment, und dann weg. Manchmal, die Leute verlassen deine Leben für keinen Grund. Ich war drei Monate mit Callum. Fairytale f***ing over. Fairytale gone bad. Das ist ein cooler Song, übrigens. Was ist das? Achso, ach guck mal, das ist der Oktopus. Jetzt sind wir noch Vollgas am Fahren. Was? So. Jetzt sind wir da unten. Sehr schön. Können wir ja jetzt aussteigen. Ich, äh... Ich, äh... Was war denn da? Alter! Mach doch nicht sowas mit mir! Ich... Ich fahr doch bestimmt nicht normal. Okay... Callum! Don't be afraid! Don't be afraid of the dark. Ist übrigens ein cooler Film. Könnt ihr euch mal angucken. Don't be afraid of the dark. Ist echt geil. Mami ist gekommen, Callum! Da liegt ne Gondel. Vom Riesenrad, wenn ich das richtig sehe. Aber ich zieh sie denn bitte dahin... Okay. Ich würd's gar nicht wissen. Hm. Ui! Ich freu mich. Oh, hier ist auch ne Gondel. Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Warte mal. So, ein bisschen was im Rachen. So, wie so ein Frosch im Hals gleich. Was denn hier? Was denn? Take a rollercoaster ticket. Ich soll also ein Rollercoaster ticket ziehen. Wieso kommen jetzt auf einmal die Gondel angeflogen? Okay. Was denn? He's watching you. Wer's then watching me? I'll be watching you. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read. And little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up nine months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them. And then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses. Mopping a piss. Feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears. And he owes me everything. Everything. It serves the little fuck right. If I just abandon him. I am out of charge. So a bit... So a bit of a feeling... So a bit of a feeling, she dreht a bit of airmain. And only, I believe not, that we, I believe in real time, poof you are playing. Ich glaube noch nimmst, dass wir hier durch den Park gehen. Klingt für mich so ein bisschen so danach, so wie es erzählt. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Alter, jetzt Achterbahn fahren? Oh Gott, das will im Alter. Weil das klingt ja auch so, wenn sie, wenn sie ruft, klingt das immer so, als wenn es am Schallen ist. Und, ja gut, ich meine, es ist ja klar, hier offen und alles leer. Alter, ich will mir so in die Hose scheißen mitten in der Nacht. Irgendwo im Freizeitpark, um Gottes Willen. Ich, äh, oh Gott, eine Bahn. Ah, toll. Wer steuert die denn nicht? Boah, es ist dunkel hier. Nächster Halt, Weltraumforschung. Was, 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 wer? Was? Das ist dunkel. Das ist dunkel. Das ist dunkel. Wo ist Callum? Hey, yuppie! Oh Gott. Oh der, wer hat, wenn es, er, der, wer hat... Oh. Wo wird das denn? Alter, ich will noch mal! Was wird das denn? Was wird das denn bitte? Was wird das denn mit der für eine abgefahrene Fahrt? Alter! Wow! Alter, hier geht's noch kleiner! Aber es funktioniert! Die Calcul... Ist das Calculations? Und... Ich kann das gar nicht lesen! Also, falls ihr das besser lesen könnt, dann macht das, wie gesagt, auf YouTube. Wenn ich das auf YouTube hole, dann pausiert das einfach und dann, äh, lest das bitte selber durch. Alter, das ist so... Alter, das ist so eine abgefahrene Achterbahnfahrt. Um Gottes Willen, Hilfe, ich, äh... Ist ein bisschen verstörend, vor allen Dingen, es sah so ein bisschen aus, als wären wir im Krankenhaus gewesen. Mache es sein, dass wir vielleicht... Na, ich möchte vielleicht noch nicht zu früh mutmaßen. Ich warte hier erstmal ab, weil, wie gesagt, die kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir gar... Oder, beziehungsweise, es kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir gar nicht so in der realen Welt sind, sondern... Vielleicht sich das Ganze... Vielleicht bei uns... Bei uns im Kopf absteht. Oh nein, oh Gott. Kann ich die Axt auch mitnehmen? Was, die Hexe wartet? Ich würde die Axt mitnehmen und das Klebeband. Und die Lampe. Wieso kann ich die Axt nicht mitnehmen? Und ich meine ja... Es sei ja aus wie... Die Lampe hat eine Brüse auf seinem Arm, Finger Marken. Niemand hat ihn verletzt. Ich habe ihn gefragt, ich habe wirklich gefragt, wo er die Marken bekommen hat. Aber er will mir nicht antworten. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Er ist nicht verletzt. Er hat auch verändert. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er ist in der Dunkelheit hinter seinem Augen. Ich sehe ihn auf mich auf ein paar Worte. In der Nacht, er schreit und schreit und schreit aus, was ich nicht verstehen kann. Wenn ich ihn versuchte, er schreit und schreit auf meine Finger. Die ist völlig durch, die ist völlig durch die alte und scheiß ich glaube